Mit einer intelligenten, raffiniert strukturierten Handlung werden wir sie nicht behelligen. Gegenteil. Stattdessen Musik. Manche Männer haben immer Glück bei Frauen, mir gelingt es höchstens einmal zuzuschauen. Treff ich mal ein süßes Mädel ganz allein, dann sagt sie mir ganz bestimmt Nein. Erstens küsse ich nicht, zweitens darf ich nicht, drittens habe ich keine Zeit. Erstens küsse ich nicht, zweitens darf ich nicht, drittens führt mir das für heute viel zu weit. Nächstes Mal könnte es sein, dass wir etwas weiter gehen, doch für heute sag ich Nein. Und das werden sie verstehen, denn erstens küsse ich nicht, zweitens darf ich nicht, drittens habe ich keine Zeit. Jede kluge Frau sagt bestenfalls vielleicht, weil zum Wörtchen Ja der Mut fast niemals reicht. Ist man dann ein kleines bisschen kühn zu ihr, dann sagt sie, erlauben Sie mal mein Herr, was wollen Sie überhaupt von mir. Erstens küsse ich nicht, zweitens darf ich nicht, drittens habe ich keine Zeit. Viertens kann ich nicht und ich muss auch nicht, außerdem führt mir das heute viel zu weit. Nächstes Mal könnte es sein, dass wir etwas weiter gehen, doch für heute sag ich Nein. Das werden sie verstehen, denn erstens küsse ich nicht, zweitens darf ich nicht, drittens habe ich keine Zeit. Nächstes Mal könnte es sein, dass wir etwas weiter gehen, doch für heute sag ich Nein. Das werden sie verstehen, denn erstens küsse ich nicht, zweitens darf ich nicht, drittens habe ich keine Zeit. Applaus